ich habe kohle bis zum geht nicht mehr ja kohle habe ich auch genügend dabei und dann brauchen wir koppels eine glasscheibe noch gold ruhe geht gar nicht warum die eisenkischte gold drumrum warum die eisenkischte gold ja klar und so viel eisen habe ich gar nicht ganz klasse was wohl jetzt möchte jetzt eine glasscheibe clean stone hast du noch clean stone hast du noch clean stone bei dir da drin ist nix bleibt doch vorher ein clean stone einteilend ding in deiner kiste sind ist ein ganzer stack clean stone redstone ein glasscheibe dabei zufällig lagerhaus 7 erreicht noch jetzt reicht es da kiste scheiße ich war noch eine spitzhacke da kann schauen was anderes an eine andere spitzhacke geben aber dann baut sie langsam ab oder nö abbauen tut sie genau gleich schnell nur halt dann baut sie dann hast obsidian falls sie das abbauen würde hast du nicht im inventar drin das baut sie zwar ab aber du bekommst es nicht ach so dann machen wir doch mal gleich ich gebe auch nur eine rubin spitzhacke gold spitzhacke kannst du ja gar nicht geben ne du sagst du mir jetzt erst da ist da ist da 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 bin hab ich nicht mal zu machen also ich habe sechs rubine 23 saphire acht grüne saphire ja saphire habe ich auch und saphire kannst du auch machen ja saphire ja gut weil da habe ich mehr wie meine diamanten und hänker sind jetzt meine saphire als vorsichtig sie sind daraus danke ich sollte echt eine wand hinbau und so schweil ich immer bloß runter von meiner treppe ich sollte ja nicht so schnell am wohnen alkohle habe ich dabei zum glück ich weiß wo ich sehr arbeiten lass im haus und bei sandbank ja macht da nicht von oben so ein fettes loch rein das scheiße ich würde mich schon erst ein bisschen nach unten so dass man das halt nicht sieht ja ich lasse unter dem haus graben ja und mein haus will ich nicht weiß nicht ich brauche ein extra loch normal zu gut wobei ja ich gar keine so blöde idee da muss ich halt noch mal irgendwo ein weg runter bestellen in meinem mining turtle das ist ja und mich stört nicht wie ich runterkommen weiß ich habe einem runterkommen kein problem ich habe ein jetpack jetzt brauche ich nur noch eine kiste weil ich das ist das mache ich hier hinten das habe ich sogar dabei hier runter das weiß ich persönlich wie groß ich das mache hier geht es runter sollte definitiv ich sollte eine leitere fahrer heute hole mit unternehmen bringt hat darf hier anfangen ja genau unter meinem zeug ok dann gehen kohl kohl da ich will nachgucken was da warte und dann machen wir kurze 30 go die macht ab da und dann kommt die hierhin so eine truhe aber gar keine kisten kohle rein und dann exk 35 und hier geht es runter da müssen wir uns hier und schon geht so und dann gucken was uns die liebe meinen turtle alles farmt wo meine form dann recht lange hält mir gerade auf warum an die kommt ja schon wieder habe ich gar nicht doch ob sie gefällt na ja geht schon muss halt oft lehren ist zum glück hinter mir das gut ich glaube ich sie genau schon richtigen links jetzt die habe ich jetzt vergessen zu gucken wo es eine richtung dein haus ist nicht dass unsere löcher gegeneinander laufen also meine turtle eine greift in richtung zu dir da wird es nicht reinkommen geht ja nicht eventiv genug ich habe auf höhe 40 anfangen zu graben ja gut und wie weit hast du über 35 oder das ist ja fast ja gut es ist recht breit durfte ende dein haus sein durch der ende mein haus sein ja du idiot ich meine meinigen zettel macht ja und 40 bis bis sie unten ist da schon riesenloch blöd wenn sie da unten nein nichts mehr hat hätte es halt hinten draußen zu mehr gemacht ja die katja immer zwei richtungen ja einmal rüber und einmal rum wenn da geht die andere schon hin ach so ja du bist gar nicht andere richtung runter da geht die zweite hin ja da hat schon eine dritte oder wieder geschalt zum nico rüber da ist auch schon ein ja wieso ist es vier stück um dich herum oder was ja natürlich meine richtung das ist ein bisschen blöd wenn sie aber mir kommt und ich habe noch nichts mehr zum graben aber soweit ist es nicht gar nicht meine formte ist auch schon ewig lang und ich weiß gar nicht wo die offen an die mal aufhören will 35 recht weit weil ich sehe bei dem einen törtel nach 40 wir nicht mehr da wird es dunkel ja wie weit unten bist du momentan bin ich auf 55 habe ich sehr losgeschickt also 55 aber nicht in meine richtung oder nein dann die andere richtung rüber also dann kommen unsere zwei meinen törtel sie überhaupt nicht wäre so hast du mich bei deiner hauswand angefangen ich habe auf der auf nico seiner hausseite an meiner hauswand angefangen also am ende von meinem haus er hat auch das habe ich auch gemacht direkt am ende von meinem haus dann drüber wie schon du mir das weißt du schon ja ich wurde mir gerade den weg zwischendurch zwischen meinen zwei meinen turtles ach so also bis genau hier wo ich jetzt stehe geht meine mining turtle die wo du gesagt hast 35 jährlich genau unter meinem haus und fast direkt und noch ein bisschen ja das ein bisschen weiter und dann greift sie richtung mehr raus ja geil das heißt das komplette stück unter mir fehlt mir ja das ding woanders hin ja nicht bei mir unten rum naja habe ich nichts mehr vor allem wenn dann diamanten und sonstiges zeug kommen damit ich mir meine großen kisten markern dann habe ich keine großen kisten dank dir die welt ist so groß ich schick irgendwann mal eine mining turtle los mit 200 auf 200 irgendwann mal er macht es doch bestimmt lustig dann weiß ich aber dass ich ziemlich viele truhen nebeneinander hinstellen das ding mal irgendwann runterführt die firma nur die truhe wo dahinter ist ja und dann von dem zeug raus und dann hoch zu mir ja deswegen habe ich ja gesagt ich brauche eine ender chest damit ich das zeug zu mir rein tue welches blöde gelaufe das ist nur zu blöd weil man dann nur einmal vollarsch und dann mit dem sagen wir mal mit dem rucksack zu sagen was ich machen wollte eine mining turtle eine andere richtung schicken nein ich bin doch du kannst du auch mit saphirn geld die tun machen und nicht auf anschauen machen ich muss ja englisch schreiben chest jetzt sind wir manchester potest silver chest obsidian chest obsidian chest war groß wie diamant chest und alles er war dann die größte diamant crystal und obsidian alle habe ich die da ich müsste habe ich die jetzt irgendwo das macht meine meine turtles alles jetzt kann ich mich hier um andere sachen kümmern meine versteckte truhe ach quaz kristall was wie man weiß kristalle draus aus was ich denke aus quaz kristall keine ahnung und das benutze ich nie die kristall chest machen grad so die christel chest da brauchst diamanten glas und keine ahnung was alles deine ganz so war also die diamanten chest machen schon mal übelst blöd wegen mach aus noch gold kiste mit zwei diamanten glas außen rum mit diamant chest hier wo ist das problem ach ne iron chest auch silva 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 ok hab ich kristall ok hab ich gold habe ich irgendwo gold ja 2 3 2 1, 2 Oh man 1, 2, 3 Das ist schon zurückgekommen 3 Sieht mal so aus, wie wenn es nicht da wäre Ah ja, sie war schon mal da, sehr schön Kann man ein Weichen dauern Ah, scheiß Loch Ich wusste doch, ich sollte meine Wand jetzt langsam hinziehen Wenn ihr so blöd Ja, dann